Es sind unglaubliche Zeiten, um in Bitcoin und Krypto zu sein. Es passiert gerade so viel zugleich. Der Geschäftsführer von Twitter, Jack Dorsey, verkauft jetzt zum ersten Mal einen Tweet als NFT, also einem Krypto-Token. Wow! Und es gibt gerade so viel mehr. Wir sehen uns auch das Stock-to-Flow-Modell an, wo wir stehen und was internationale Experten und der Erfinder Plan B hier prognostizieren. Wir reden auch darüber, was der Chef der Kryptobörse Kraken meint, wenn er sagt, Bitcoin wird auf unendlich steigen und was seine Prognose für dieses Jahr für Bitcoin ist. Du willst Geld mit Krypto verdienen? Wir halten dich hier am Laufenden, was international passiert und übersetzen dir sämtliche top internationalen News, Analysen und Trends, damit du immer informiert bleibst. Und wenn du dich für ETFs interessierst, Tencent ist ein ETF der zweiten Generation, denn er vereint Krypto und Aktienmärkte in einem. Nach dem landesweiten Rekordstart mit 700 Ethereum-Vorverkauf startet jetzt der weltweite Verkauf. Den Link mit mehr Details zu diesem spannenden ETF habe ich unten in der Beschreibung. Und für die täglichen Trader als auch Anfänger unter euch habe ich unten noch einen zusätzlichen Link. Mein Name ist Carlos und damit willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Lasst uns gleich mit diesen unglaublichen Zeiten für Bitcoin und Krypto und was hier alles international passiert, starten. Der US-Senat hat Hilfen in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar genehmigt. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Bitcoin hat zur Zeit gerade mal ein Market Cap von 1 Billion US-Dollar. Und der US-Senat hat Hilfen in Höhe von dem Doppelten genehmigt. Das ist extrem bullisch, denn es zeigt einfach noch, wie viel Potenzial her ist, wie viel Geld in Bitcoin noch fließen kann. Die Bitcoin-Bull-Märkte haben normalerweise drei Wellen. Wir haben gerade Welle 1 abgeschlossen. Im Jahr 2017 stieg Bitcoin von der Spitze von Welle 1 auf Spitze von Welle 3 um das 7,5-fache. Das würde Bitcoin auf 315.000 Dollar bringen, wenn es das gleiche Muster wiederholt. Wow. Also das sind wirklich wieder extrem bullische Nachrichten hier von Bitcoin-Achief. Eine Analyse von ihm, wie es weitergeht aufgrund der bisherigen Vergangenheit, aufgrund der bisherigen Wellen, mit der Grafik und Analyse von Glassnode. Und wie immer, man kann natürlich nicht von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Aber wir sehen dieses Muster beginnen von der Entstehung von Bitcoin von 2009 und diese Wellen. Und wir sehen hier, wir sind jetzt bei der Welle 1 und es fehlt noch Welle 2 und Welle 3. Außerdem der Geschäftsführer der Kryptobörse Kraken sagt, Bitcoin wird bis auf unendlich gehen. Nun ja, diese Schlagzeile ist natürlich ein bisschen übertrieben gestaltet, aber sehen wir uns jetzt genauer an, was er damit eigentlich sagen möchte. Der kranken Jeff Cheese Powell hält einen Kurs von 1 Million US-Dollar innerhalb der nächsten 10 Jahre für ziemlich realistisch. Zitat, natürlich können wir nur spekulieren, aber in US-Dollar gemessen wird Bitcoin bis auf unendlich gehen. Wie er die langfristige Kursentwicklung der marktführenden Kryptowährung prognostiziert, dem fügt er an. Zitat, unsere Nationalwährung ist erst 50 Jahre alt und zeigt jetzt schon extreme Schwäche. Ich glaube deshalb, dass die Gesellschaft irgendwann den Wert von Gütern und Dienstleistungen viel mehr in Bitcoin messen wird. Diese Aussagen von Powell kommen vor dem Hintergrund eines schwächer werteten US-Dollar. Die Staatsverschuldung ist zugleich auf einen neuen Höchststand von 28 Billionen US-Dollar gestiegen. Für die USA natürlich. Und genau das signalisiert, dadurch, dass der US-Dollar immer schwächer wird im Gegensatz zu Bitcoin und die Inflation natürlich immer weiter ansteigen wird und es hier keinen Halt gibt durch den unendlichen Supply vom US-Dollar, geht quasi Bitcoin bis auf unter Anführungszeichen unendlich. Denn bei Bitcoin gibt es eine begrenzte Anzahl von 21 Millionen Bitcoin, wie wir wissen. Zitat, die Menschen, die von Bitcoin überzeugt sind, wissen, dass sie zur Leitwährung der Welt werden wird. Das bedeutet gleichsam, dass der gesamte Wert von Dollar, Euro und allen anderen Landeswährungen zusammen irgendwann das sein wird, was Bitcoin wert ist, wie Powell erklärte. Ich denke, kurzfristig wird sie Gold als führenden Wertespeicher ablösen. Deshalb denke ich, dass ein Kursziel von 1 Million US-Dollar innerhalb der nächsten 10 Jahre ziemlich realistisch ist. Das hört sich natürlich alles zu unglaublich an, als wahr zu sein. Aber wenn wir uns die Vergangenheit ansehen, wie Bitcoin einen Wert von 100 Dollar hatte, hätte sich niemand träumen können, dass er einen Wert von 10.000 Dollar erreichen wird. Aber jetzt, wo die Großinvestoren hineinkommen, wo die wirklich großen Banken, Versicherungsunternehmen, Tesla und jetzt auch Twitter und viele andere riesige Unternehmen hineinkommen, ist es immer wahrscheinlicher, dass Bitcoin zu einer Weltwährung wird. Und gemessen anhand dem potenziellen Geld bzw. Wert, der hier noch in Bitcoin fließen kann, sind 1 Million US-Dollar in 10 Jahren nicht mal mehr so unrealistisch, wie er selbst sagt. Es ist ein ziemlich realistischer Wert für Bitcoin innerhalb der nächsten 10 Jahre. Und wie Cointelegraph berichtet hat, konnte Bitcoin im Februar 26% oberhalb des vom populären Stock-to-Flow-Berechnungsmodells ausgegebenen Kursziel schließen. Erfinder Plan B geht davon aus, dass der Kryptomarktführer in diesem Jahr noch bis auf 100.000 US-Dollar klettern kann. Bevor wir zur nächsten Top-Nachricht kommen, wir haben jetzt eine geniale täglich Bitcoin und Krypto Akademie gestartet für alle Anfänger und Fortgeschrittene. Werde zum Experten über Bitcoin, Kryptowährungen, Trading und der Blockchain-Technologie, damit auch du von diesem rasant wachsenden Markt profitieren kannst. Schau auf unsere Homepage für mehr Informationen und melde dich schnell an unter täglichbitcoincrypto.com. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Und hier sehen wir dieses bekannte Stock-to-Flow-Modell. Es ist wirklich extrem bekannt im Kryptoraum, denn es ist ein Modell, das den Kurswert von Bitcoin in Relation zu der Ausschüttung zeigt. Also der Begrenztheit von Bitcoin und insbesondere den 4-Jahres-Zyklen, geprägt durch das Halving natürlich, wo die Ausschüttung von Bitcoin immer um die Hälfte reduziert wird. Und wir können hier sehr schön die einzelnen Zyklen sehen und wie wir jedes Mal deutlich über den prognostizierten Stock-to-Flow-Wert hinausgeschossen sind. Bereits das letzte Mal, wo es ungefähr auf 10.000 US-Dollar gehen hätte sollen, sind wir auf 20.000 US-Dollar geschossen. Und auch jetzt sind wir ein bisschen voraus, was zeigt, dass auch jetzt in diesem Zyklus wir ein deutlich höheres prognostiziertes Ziel nach diesem Modell erreichen können. Nach diesem Modell sind es ungefähr 115.000 Dollar, aber wenn wir wieder deutlich über das Ziel hinausgehen, sind es ungefähr 150.000 bis 200.000 US-Dollar. Und Jack Dorsey, der Geschäftsführer von Twitter, verkauft den ersten Tweet als NFT, nicht fungiblen Token, also einem Krypto-Token. Wow, das ist wirklich unglaublich. Die Gebote dafür wurden schnell sechsstellig. Jack Dorsey, Geschäftsführer von Twitter, stolzer Besitzer des allerersten Tweets auf der Social Media Plattform, versteigert ihn als nicht fungiblen Token, NFT. Dorsey hat heute den Tweet vom 21. März 2006 mit der Aufschrift Just setting up my Twitter über die Plattform Valuables zum Verkauf angeboten. Und hier sehen wir diesen allerersten Tweet vom Geschäftsführer Jack Dorsey vom 21. März 2006, wo er schreibt Just setting up my Twitter. Eine unglaublich historische Zeit. Und diesen versteigert er jetzt als NFT. Das aktuelle Höchstgebot aktuell liegt bei 2,5 Millionen US-Dollar. Es ist nicht nur die Höhe, sondern es ist auch, dass es als Krypto-Token versteigert wird als NFT. Das bedeutet natürlich auch, dass sobald dieser Verkauf vollzogen ist, Jack Dorsey jede Menge Ethereum hält. Er hat mindestens 2,5 Millionen US-Dollar in Ethereum. Außerdem bedeutet es, dass er bereits jetzt eine Ethereum-Adresse hat, wohin dieses Vermögen in Ethereum überwiesen wird, wenn der Verkauf vollzogen ist. Das ist wirklich unglaublich in der heutigen Zeit und zeigt wiederum, was sein Potenzial hinter Krypto, hinter Bitcoin, hinter diesem gesamten Markt und dieser Blockchain-Technologie liegt. Laut der Valuables-Website wird der Tweet selbst weiterhin auf Twitter leben. Was sie kaufen, ist ein digitales Zertifikat des Tweets, das einzigartig ist, weil es vom Ersteller signiert und verifiziert wurde. Nämlich über diesen nicht fungiblen Token. Benutzer können auf den Gegenstand mit Ether bieten, dem nativen Token der Ethereum-Blockchain, wo die Transaktion stattfinden wird. NFTs werden immer beliebter. Die drei größten NFT-Marktplätze NBA Topshot, OpenSea und Peeble erzielten im Februar zusammen ein Handelsvolumen von unglaublichen 342 Millionen US-Dollar. Es sind also wirklich unglaubliche Zeiten, in denen wir gerade leben, für Bitcoin, für Kryptowagen, für die Blockchain-Technologie. Was glaubst du, wie viel gesamtes Vermögen auf der Welt, in Prozent, in US-Dollar oder in Euro, werden noch in Bitcoin und dem Kryptomarkt fließen? Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort, lass es mich in den Kommentaren wissen. Und denke an unsere geniale täglich Bitcoin und Krypto Akademie für alle Anfänger und Fortgeschrittene. Werde zum Experten über Bitcoin, Kryptowährungen, Trading und der Blockchain-Technologie, damit auch du von diesem rasant wachsenden Markt profitieren kannst. Schau auf unsere Homepage für mehr Informationen und melde dich schnell an unter täglichbitcoincrypto.com, den Link findest du auch in der Beschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Like und um täglich weiterhin informiert zu bleiben, abonniere deinen Kanal. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.